ein herzliches grüß gott und dankeschön fürs reinschauen auf meinen youtube kanal habt viel spaß beim schauen grüßt euch meine lieben youtube freunde war es jetzt die letzten tage warm hau brutal wahnsinn aber schön schuhe sitzen draußen noch bei meiner terrasse sonntag sonntag 8 40 schön gefrühstückt meine frauen ich ja was ich jetzt euch sagen wollte ich habe doch da zwei messer versteigert und der laufende mani hat eins gewonnen und der mappet bronco der hat eins gewonnen der laufende mani hat sich bei mir gemeldet aber leider der bronco nicht hier ist die schöne messe immer noch ich hätte kein versand zahlen müssen nix aber ich habe gesagt wenn er sich nicht meldet wir laufen diese woche also die woche ist schon vorbei pech gehabt dann paltes mal aber eigentlich habe ich gesagt geh du hast trotzdem mal weiter verlassen jetzt schaue ich mal jetzt schaue ich mal weil betteln tue ich kann muss ja jeder selber wissen ja das wollte ich noch gesagt haben der eine hat jetzt gemeldet der andere nicht mani sehr schön von dir zu hören per e mail haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und war super hoffe du bist mit der messe zufrieden und so wie immer so im geschenkengall schaut man nicht ins maul ich habe da keine unkosten gehabt damit weil versand habe ja noch zahlt also na gut wie gesagt das eine habe jetzt natürlich schaue mal was ich mache vielleicht bei der nächsten live sendung muss einmal schauen ob ich es morgen mache ab 18 oder wenn es so warm ist da nicht weil das ist sowieso keiner da da würde ich mich auch nicht da hinsitzen und den schmarrn hören was da einer sagt das wäre dann vielleicht mag und dann wird dann nicht so passt vielleicht dann übernächsten montag 18 uhr weil bei dem dds schmarrn was ich noch sagen wollte ich habe da ich wollte eigentlich unboxing machen aber ich habe gedacht nein mache jetzt da nicht weil das die auspackerei ist und dann habe ich da mir zwei schöne caps gekauft und zwar habe da eins von der navy seel ich habe zu baus geht also wird derzeit 12 euro inklusive versand findet ihr das super cap die 12 euro kostet und dann das von der us marine corps veteraner das hat mir auch ganz gut gefallen also super cap das schaut auch nicht schlecht aus schaut super aus finde ich die zwei kappen ja die wollte ich tun zwang weil ich habe gedacht das bus alleine das zeigen dass da einer das messer nicht haben will der andere hat es gekriegt da steht es auch und dann habe gedacht dann durch noch schnell die zwei caps erzeigen die wurde ich mir gekauft habe sind wirklich sehr schön wunderbar also 12 euro 13 euro inklusive versand da kann man nichts sagen trotzdem niveau bei ebay kleinanzeiger irgendwo habe die da erstanden und die alte zweite noch gehabt dann habe ich natürlich gleich zugeschlagen na gut dann in diesem sinne dann wünsche ich euch noch einen schönen sonntag schauen wir mal entweder morgen 18 Uhr wenn es nicht so heiß ist oder nächste woche montag 18 Uhr tue ich das eine dann versteigern wer will kann gerne mitmachen machen wir wieder so wie letztes mal alle die unter die kommentare das reinschreiben und sei es bei servustet ist dabei also könnt ihr mitmachen wer wagt wenn nicht dann nicht dann wünsche ich euch noch einen schönen sonntag bis zum nächsten mal euer alter pfurt euch bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020